Wir laufen für alle, die nicht laufen können. Unter diesem Motto wird in diesem Jahr im Zug für einen guten Zweck geschwitzt, gelitten und letztlich auch gejubelt. Mein Name ist Manuel Aschere, ich bin 33 Jahre alt, Rollstuhlsportlerin in der Lichtathletik. Es macht mega Spass, das ist meine Energiequelle. Ich komme so viel Retour darüber, dass man es einfach sehr gerne macht. Sport verbindet extrem. Musik und Sport verbinden die Menschen. Und wenn man das machen kann miteinander und dann noch für einen guten Zweck, was gibt es Besseres? MySports ist mit dabei beim Wings4Life Worldrun und zeigt dir den Event mit Rundum-Berichterstattung live.